Ja, ich kenne noch den einen oder anderen. Der Philipp ist ja noch da. Der kam gerade hoch, da aus der A-Jugend, glaube ich sogar. Wir hatten das eine oder andere Mal auch zusammen trainiert und gut, man kennt sich noch aus Nationalmannschaftskreisen. Ich habe auch noch sehr gute Bekannte dort bei Bayern. Also bei Bayern ist es ja eigentlich so, dass viele sehr lange dort arbeiten, über mehrere Jahrzehnte. Dementsprechend sind die Leute immer noch da und meine Verbindung nach München ist immer da. Die war da, wird auch immer bleiben. Meine Eltern, unsere Schwester, die leben dort noch in München. Von daher, ich habe immer ein sehr gutes und inniges Verhältnis zu den Bayern.